Mein Name ist Holger Kanski. Ja, auch die Frage, wie für mich persönlich sich das Internet, mein Leben verändert hat. Auf jeden Fall hat sich da eine ganze Menge getan, seit zum ersten Mal bin ich in Kontakt gekommen, während meiner Studienzeit, 1993. Und dann hat sich das immer weiter erhöht. Ich habe mich dann auch beruflich entsprechend ausgebildet. Und bin also beruflich auch sehr eng mit diesem Thema heute noch verwandelt. Und privat, das ist halt gerade E-Mails, gerade Kommunikationsmöglichkeiten durch das Internet. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben und effizient hier online zu bleiben, sich vernetzen zu können. Also das ist, denke ich, mal ein Riesenvorteil und auch eine Zeitentsparnis. Das Internet ermöglicht es wirklich, mit vielen verstreut in Deutschland lebenden Freunden und Bekannten weiterhin in Beziehung zu bleiben.